So, ich habe heute eine Wassmaschine von Bosch, und zwar ist die Rüstung hier defekt gerissen, dadurch kommt immer das Wasser hier nach unten drauf. Die Schublade könnt ihr aufmachen, hier hinten sind zwei Schrauben da und da, dann könnt ihr so die Decke nach hinten ausnehmen. Nachher kommt dieser Hirnring, das ist mal noch ab, dann ist Schwarzschrauben da. Und dann machen, dann hat man das hier abgebaut. Und das ist die neue Dichtung, Tür, Dichtung. Das ist kein Original, aber ich denke mal, vielleicht funktioniert das auch gut. So.